ARD Text im Auftrag von Funk Morgen Prinzessin Meine Rebhuhn- und Birnbaumunterhose muss in die Wäsche Oh, dann wurde mein Weihnachtswunsch ja schon erfüllt Weihnachten liegt in meiner Familie Mein Vater war Santa und jetzt ist mein Bruder Nick an der Reihe, die Mütze zu tragen Wenn einer die Rote verdient, dann ja wohl er Er hat ein Kätzchen aus einem Baum gerettet Also ist er artig? Noel, wird dein Bruder bis Weihnachten soweit sein? Na sicher, er ist ein Kringle Ich will das nicht machen Das machst du großartig, ganz toll, ganz toll Glaub an dich Das läuft alles andere als gut Manchmal habe ich diesen Traum hier rauszukommen Ein Santa mit Nervenzusammenbruch ist keine Lösung Nimm dir ein Wochenende in der Auszeit Zum ersten Mal seit 2000 Jahren ist ein Santa verschwunden Er sollte sich nur das Wochenende freinehmen Es muss ein neuer Santa her Gabriel, Kringle, ich Ich bin in der Technikabteilung und ich liebe es Gibt's keine Rettungsaktion? Würdest du mir erklären, was du da treibst? Ich hole meinen Bruder zurück und du wirst mich begleiten Bleiben Sie, wo Sie sind Wir suchen Santa Claus Du verresst niemandem, wer du bist Wo kommst du her? Aus einer Kleinstadt im Norden Oder wo du herkommst Sir, es ist ein Privileg, diesen Anzug zu tragen Ziehen Sie sich eine Hose an Wie ungezogen In weniger als 48 Stunden ist Heiligabend Das könnte doch der perfekte Zeitpunkt sein, um ein Online-Lieferservice zu starten Wir müssen Santa finden Seit tausenden von Jahren lassen wir Glöckchen klingen und bringen Geschenken Wir müssen dafür sorgen, dass sich daran nichts ändert Mir ist so heiß Gibt's in dieser Stadt kein Eis? Hallo? Ihre Hose gefällt mir so fröhlich Das ist eine Yoga-Hose, genau wie Ihre Das ist meine Joghurthose Nein, Yoga-Hose Ich liebe Joghurthosen Herabschauendes Rehntier Ich hatte gesagt, übers Wochenende Niemand hört mir zu Tu das nicht, bitte Wow, das hat hier echt eine große Bedeutung Das ist meine Joghurstose Und das sind Vielen Dank.